Was sagst du Moreno Pisano? Ey, Mega, Moreno Pisano, du bist der Krasse, übrigens auch hier voll hochqualitativ. Ja, du bist der Beste. Moreno Pisano, der beste Designer, den es gibt. Du, ich freu mich mega auf die Turbiken. Hier Leute, checkt alle Moreno Pisano ab. Der größte Motherfucker, was, ähm, wie heißt das denn? Möbel, Bruder. Möbel, genau. Möbel. Möbel, Couch, Garnitur. Er hat für mich was gemacht, er hat für mich was gemacht, Bruder. Die Stühle sind übrigens auch von Moreno Pisano. Übelst gemütlich, ne? Sexy, wa? Ja, übergeil. Ich sag mal so, da kannst du ja ehren, wie ich geträumt sind. Ja, find ich gut. Und auch hier mit dir. Kick mal, Leute, kick mal. Ha? Drückchen, ne? Passiert nicht.